Hallo und herzlich willkommen zu Drinkling. Schön, dass du wieder den Weg hier hingefahren hast. Am letzten Mal habe ich was angefangen. Stellen mal und Kanäle vor. Heute Electric Eel aus Karlsruhe. Das Electric Eel in Karlsruhe, Berderstraße. Aus meiner Sicht ist Karlsruhe eine deutlich unterschätzte Cocktailstadt in Deutschland. Nirgendwo in so kleinem Areal, eine Ausnahme von Hamburg, gibt es so tolle, so kreative Bars wie Karlsruhe. Klar, kennt ihr mit Sicherheit die eine oder eine Bar, die auch schon mal durch die Medien gegangen ist. Aber Electric Eel von Greg Judkins sei da kaum. Sehr viel Kunst, sehr viel Passion und im Prinzip ist es nicht nur eine Bar, es ist nur ein Café. Tagsüber ein Café, abends eine Bar und immer wieder coole, entspannte Musik. Nicht von der CD, sondern direkt von Vinyl. Also wirklich old school. Richtig, richtig guter, toller Kaffee. Ab und zu mal leckere Torto, ein Stück Kuchen und abends richtig coole Bar mit Jam Sessions, Musikern, Künstlern etc. Craig ist tatsächlich in der Kunstszene so ein bisschen auch verankert. Er selber US-Amerikaner und der hat echt schon viel in seinem Leben gesehen. Wir gucken uns einfach mal die Webseite dazu an. Ihr seht jetzt die Webseite des Electric Eel. Außerdem hat Craig noch einen YouTube-Kanal und insgesamt, wie gesagt, künstlerisch sehr, sehr wertvoll. Einfach mal reingucken. Und wir gucken jetzt einfach mal bei ihm in eine Jam Session rein. Nämlich die Cocktail-Haber-Sessions. Ihr seht, samt coole Live-Musik und entspannte Drinks. Publikum zwischen 25 und 70. Sehr gemischt, sehr entspannt auf dem Vibe, was Kunst angeht, was Genuss angeht. We go. We go. We go. So. We go. So. So. Ich mache an der Stelle noch mal kurz Pause. Dieses Video wird nicht sehr lang werden. Im Prinzip ist es schon vorbei. Lasst dem Electric Eel doch hier auf YouTube gerne mal ein Abo da. Oder noch viel, viel wichtiger, wenn ihr mal in der Nähe von Karlsruhe seid, tagsüber oder abends, geht in den Electric Eel, trinkt in Ruhe einen total entspannten Kaffee oder abends einen total leckeren Cocktails, lauscht Vinylmusik mit viel Liebe, genau wie alles im Electric Eel, mit viel Passion zubereitet und serviert wird. Im Sinne, ab dafür sucht den Electric Eel. Eine der Bars in Deutschland, die viel zu unterschätzt ist. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.